Ich schaue an dieser Stelle einfach mal ab und sage, lasst euch die Spiele beginnen, bevor die Jungs sich fertig machen, machen wir sie vorher selber noch fertig. Ich durfte mit Snowflato ein Rennen fahren und ich war besser als die meisten. Das fand ich sehr cool. Es funktioniert für euch, oder ihr liebt es? Ich bin sicher, dass du dich nicht willst, wenn du aufstage möchtest. Es gibt solche Sachen, wo es lustig ist. Es ist meistens eine komplette drudgery. Es ist natürlich auch lustig. Es ist die beste Leben in der Welt. Du sagst manchmal, dass du die Glück hast. Wir waren für eine Jahrzehnte. Wir sind seit 1994 zusammen. Ich kann nicht vorstellen, dass viele Leute das kennen. Wir haben das gemacht. Ich bin sicher, dass wir über 2004 Jahre lang haben. Wir haben zehn Jahre gearbeitet, sehr hart für ein wenig oder kein Rewards. Ich denke, es ist eine Kombination von hartem Arbeit und ein wenig Glück, das alle braucht. Wie beschreibst du dein Entwicklung von deinem letzten Album? Ich denke, nachdem wir »Eyes Open« war, und »Chasing Cars« wurde ein massiv, massiv. Es wäre vielleicht nicht understandable, dass es so erfolgreich war, denn es war so erfolgreich. Aber das ist nicht was wir wollten. Wir haben einfach nur einen anderen Weg, einen dunkler Weg mit diesem Rennen. Ich denke, wir wollten versuchen etwas mehr zu tun. Ich weiß nicht, dass du Zeit nicht mehr wirst. Stopp wasst dein Zeitpunkt. Wir haben Raison zu machen. Wir haben Raison zu machen. Wir haben Raison zu machen. Das wird das letzte Mal in den nächsten zehn Jahren sein. Ich werde es gerne machen. Du hast eine License? Nein. Nein. Das ist das Problem. Du hast überhaupt nicht eine License. Nein. Das ist das Wichtigste. 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 Ich würde sie als sehr offene Menschen beschreiben. Muss ich wirklich sagen. Also sie kommen sofort auf einen zu. Reden mit einem. Hören einem auch zu, wenn man das Englisch nicht so perfekt spricht. Und ja, fragen einen selber auch, was man so macht und wie einem das gefällt. Also ganz offene, freundliche Leute. Das ist unfassbar. Lässt man die Dame eine Sekunde alleine? Ich habe mich wirklich nur rumgedreht. Und schaut mal, wo sie jetzt schon ist. Er hat sie sogar mit dem Mikrofon zu ihr gedreht. Das bedeutet, er singt es nur für sie. Das ist das Wichtigste. 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 Und dann mal zu spielen. Toll. An dieser Stelle würde ich sagen, es kommt ja noch viel besser. Denn wir sehen Snow Patrol gleich noch live bei den Street Gigs. Und damit ganz kurz in die Werbung, um dann final zurück zu sein zu der Performance von Snow Patrol. Bis gleich. ball完了. Das war dasiner Tag.